Jedes Jahr helfen mir 10'000 Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland sind und einen medizinischen Notfall haben. Davon sind 800 Wisana-Kunden. Jeder Fall bei uns in der Notrufzentrale ist ein persönliches Schicksal. Die Fälle nehmen dann sicher emotional sehr mit. Ich bin aber mit Herzblut dabei, weil ich jeden Tag gerne Menschen helfen kann. In Schwerenfeld ziehen wir unseren Arzt bei. Der ist gerade bei unserem Haus. Ist eine medizinische Rückführung notwendig, bieten wir unsere Medcrew auf, die den Patienten von Ort abholt und ihn in die Schweiz begleitet. Für das braucht es nicht immer einen Ambulanz-Chat. Oft können wir unsere Patienten auch in einer Bodenambulanz oder in einem Linienflugzeug zurück in die Schweiz nehmen. Für mich ist die Geschichte heute vorbei. In der Medical geht es aber weiter, weil wir Tag und Nacht erreichen können. Grazie Luana, per tutto ciò che tu e i tuoi colleghi fate per i nostri clienti. Apprezziamo molto il tuo impegno. Wisana, Partner di Medical. Verde. 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 Verde.